Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Isfahan Zentrum der iranischen Kernforschung und Drohnenproduktion. Isfahan, der Motor der iranischen Nuklearentwicklung. Die Stadt Isfahan ist nicht nur für ihre beeindruckende und reiche Geschichte, ihre prächtige Architektur und ihre warmherzigen Menschen bekannt, sondern auch als Zentrum der iranischen Atomforschung. Hier widmen sich hochrangige Wissenschaftler und Ingenieure dem Studium der Nuklearphysik und der Entwicklung atomarer Technologien. Die Bedeutung von Isfahan für die Atomforschung. Isfahan beherbergt eine der wichtigsten Nuklearanlagen des Iran, die Urananreicherungsanlage Natans. Sie wurde bereits im Jahr 2002 bekannt und ist seitdem Gegenstand internationaler Aufmerksamkeit und Kontroverse, Quelle International Atomic Energy Agency. In dieser Anlage wird das für die Brennstoffzellen in Kernkraftwerken notwendige angereicherte Uran hergestellt, aber auch für Kernwaffen nutzbares, hoch angereichertes Uran könnte dort entstehen. Internationale Sorgen und Verhandlungen Sowohl die Anlage in Natans als auch das umfassende Atomforschungsprogramm des Iran haben zu internationalen Bedenken geführt. Es besteht die Sorge, dass der Iran unter dem Deckmantel der zivilen Nutzung der Kernenergie an der Entwicklung von Atomwaffen arbeiten könnte. Quelle Council on Foreign Relations Deshalb sind der Iran und seine Atomforschungsaktivitäten Gegenstand langwieriger und komplexer Verhandlungen auf internationaler Ebene. Die Rolle der Forschung und Entwicklung Trotz der Kontroversen ist die Atomforschung in Isfahan auch ein Zeichen für den Wissenschafts- und Technologiestand des Iran. Die Stadt ist Heimat von Universitäten und Forschungseinrichtungen, in denen zukünftige Atomwissenschaftler ausgebildet und wichtige Forschungsarbeit geleistet wird, Quelle University of Isfahan. Die Atomforschung spielt eine wesentliche Rolle in der Innovations- und Technologiepolitik des Iran und ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Obwohl die Zukunft des iranischen Atomprogramms weiterhin Gegenstand von Verhandlungen und Debatten ist, bleibt Isfahan als Zentrum der Atomforschung des Iran von großer Bedeutung. Von Anita Farke, Freitag, 19. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.